Heute haben 19 Stadtwerke von Swisspower den Masterplan 2050 unterzeichnet. Mit dem Masterplan 2050 haben wir eine Vision unserer eigenen gemacht, die eben besagt, dass wir die Energiestrategie 2050 vom Bundesrat unterstützen möchten. Insbesondere die Themen Energieeffizienz, dann aber auch erneuerbare Energie sind für die Stadtwerke ganz wichtige Themen und Ziele, die wir gemeinsam weiterverfolgen werden. Der Masterplan 2050 von Swisspower unterstützt die prinzipielle Stossrichtung der Energiepolitik der Stadt Winterthur. Das bedeutet für die Stadtwerke, dass wir ein solides Fundament haben für unsere zukünftige Arbeit. Der Masterplan 2050 ist zukunftsgerichtet und wir haben die Chance, Stadtwerke als modernes Unternehmen zu positionieren. Ich denke, wir sind unseren Kunden gegenüber verpflichtet, eine umweltfreundliche, aber auch eine sichere und wirtschaftlich günstige Strom- und Energieversorgung zur Verfügung zu stellen. Mit dem Energiekonzept 2050 können wir diesen Zielen nachkommen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Basis unseren Kunden eine sichere, wirtschaftlich günstige Energiezukunft gewährleisten können. Zum Thema Energieeffizienz hat die Stadtwerke Winterthur schon viel gemacht. Ich möchte zwei Beispiele erwähnen. Das eine, wir betreiben seit zehn Jahren Energiecontracting, wir bauen und betreiben umweltfreundliche Anlagen, sei das Holzschnitzelanlagen oder auch Wärmepumpenanlagen. Das zweite Beispiel, das ich möchte erwähnen, ist, wir haben gerade neu ein Gebäudesanierungsprogramm installiert in Winterthur. Wir unterstützen also umbauwillige Bauherren bei der energietechnischen Sanierung von ihren Bauten und Gebäuden.